main charles zum beispiel war weg halt den habe ich am auf der höchsten stufe halt den meisten meisten erfahrungspunkten hast du ihn gut wo ich kann ich konnte ich gut ich glaube ich bin ein bisschen eingeroßt mit ihm aber meine seine ulti verkackt hat meistens deswegen er hat dann relativ nutzlos wird könnte man eine wobe grunde können wir mal reinpumpen oder machen ich habe das game hier unten auf als supporter gelernt die guten alten namizeiten herausgefunden habe dass die welle auch jemanden heilen kann und halt auf den gegner überspringt wenn er zu nah ist was richtig dumme ist dass einfach die welle fiss weh tut obwohl er ein fucking fisch ist das heilt es echt spielst du da am fall erst freigeschalt biomutant ledertasche top land ehre how to play ledertasche das werde ich nie vergessen aber du bist einfach nicht nachgedacht bitte versuch nachzudenken kurono einfach der geilste ehren ja ist einfach mal selbst weg ist halt einfach der sensei nokton oh easy win alter auch jetzt hör auf zu heulen mann jedes mal holst du rum und dann klatscht du die leute hör einmal auf das ist wirklich nicht ich beschisse ich hasse lucien der typ kann mich so runterpucken da spiel ich lieber gegen den süders oder gegen die diana wobei nein gegen die diana nicht das ist eigentlich eine geile idee nocto 69.000 höhe 69 aber wir haben eine ledertasche wir haben gewonnen der packt die gegner jetzt ein ja sie denn sei da ist ich muss halt schon wieder pink weiß ich noch um hilfe bitten muss also vorweg zum beispiel die strategie die ich hiermit habe ist halt der hat mit seiner passiven die hat schon die möglichkeit vom gegner leben zu klauen sich selbst hinzuzufügen ich habe jetzt entsprechende runen eingebaut dass ich noch krasseren lifestyle habe noch mehr von den gegnern leben klauen mir selber hinzufüge das heißt ich halte mich einfach irgendwann nur weil ich die gegner attackieren und die wundern sich halt so weil sie mich nicht totkriegen so nahkampf ich weiß dass der lifestyle edit bestheit hat warum das halt nicht komplett ausschöpfen halt ne oh komm schon kitzel und normalerweise ist meine strategie immer erst die q hochzuleveln weil er mein lifestyle damit auch ziemlich krass agiert aber viele schwören darauf die w erstmal auf stufe 3 zu bringen die meinen dass bums ganz gut rein wenn der luschen bock hat wenn ich rein springt ist dann am arsch wie es ist wenn der post ist er tot direkt in meinem maul rein das meine ich halt der kann hat nichts machen ich finde das so geil wenn die wenn die gegner dann denken oh ja ich habe ihn gleich oder kommt der lifestyle und du denkst du dann so äh was hier denn äh äh nokton war jetzt die beste möglichkeit für mich gerade eigentlich oh äh ich sehe da möglichkeiten auch wenn er so rein pusht ist das so geil für mich ich kann den so in den tower holten dann junge ok ja ich habe auch sowieso ein ganz großes problem ist hydrated zu stehen ich stehe hydrate da ja noch tun kann man klatschen ich komme ich komme ich komme ich komme und geil jetzt muss ich sagen ich war so quer durchs bild gesprungen mit das war ein neis oder? das war schon gefühlt jetzt alter das machen ah leute ich dachte gerade oh morgan ist jetzt getroffen oh Junge oh komm oh weißt du was der wird wahrscheinlich beim tower rumgammeln komm hier also der ist nicht schon die einpacken hör auf jetzt zu schießen oh oh geh 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 da oh mein so entweder backporten oder so ok oh oh da will ich nicht runter gehen da ist der nasus aber ok mach mal also du bist doch scheiße du bist doch scheiße warum sagst du denn jetzt nicht ich wollte backporten und du sagst mach das nicht hau ab ich dachte mir jetzt was ist los und dann sagt der alter da ist der nasus du bist so dumm wirklich hör dir den streamer ich hab gesagt da ist der nasus ja aber erst drei stunden später nein doch 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 jetzt hab ich kein mana mehr willst du mich eigentlich klacken digga schieß doch auf dich drauf morgana macht morgana regelt ja da der könnte mich langsamer machen ich hab den mord daneben gesetzt jetzt tollsgeil du rückst voll aus dem konzept man alter sag mir mal nicht den nasus guck mal du hast vorher noch beschwert dass wir dir nicht helfen jetzt können wir den nasen klatschen umgehen du machst den fucking harald ja ihr mich jetzt auch ich den nasen finkens halt helfen ihr geht mir so auf den sack oh oh nasus tank nasus ah nein bro alter ok der nasus hat mich verkloppt weißt du was ich auch richtig geil finde mich ok spring ihn an los spring ihn an ich wollte mein ulti jetzt nicht verschwenden alter deine in dein ernst wow du wolltest deine ok sorry du wolltest deine ulti nicht verschwenden ok ja wenn das so ist dann kannst du natürlich verstehen du hey was bist du denn jetzt so der ulti ist natürlich dafür da also der ist es nicht wert nein das war es nicht wert ok das war es nicht wert lass mich in ruhe nur alter ganz ehrlich das ist heute so anstrengend ich hab nichts gemacht hey wahrscheinlich hier ist noktun hier ist noktun ich nicht anspringen konnte man kennt ihn ich stehe 9 4 warum soll ich aufhören zu fighten auf einmal spielst du wieder wauwiku was ist mit dir los ne ich habe dreimal ist die ulti verkackt alter ja ich stehe 12 ich habe natürlich acht support jetzt bin ich wieder mehr support als unser support selber das müssen wir dann diesmal besser spielen okay das ist geil dankeschön wir hoffen wir auf den top sag mal leder tasche wieso muss ich jetzt eigentlich gegen den nasus fighten ne junge ja das chicken fried chicken ist ja schon unterwegs nach unten chill mal ich bewege mich schon ja richtig jetzt hat ich schicken ehrlich ich komme hier rüber und wie geht es geil weiß ich nicht ja ich bin auf dem weg zu verstand der city nehmann 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 der springt mich an der springt nicht so was von an alter boom gesmited den kill der kriegt die nicht der kriegt die nicht der kriegt die nicht er kriegt den original nicht er kriegt ihn original nicht ja wenn du keinen bock mehr hast rennecken können wir auch aufgeben in drei sekunden habe ich die drei sekunden habe ich die drei sekunden habe ich die drei sekunden was willst du tun ich stehe hier hinten soll du kannst nichts machen ich habe meine ulti versammelt wo ist er wo ist es bleib mal hier lucien bleib mal hier morgana was hier verdammte scheiße was hier ich krieg den ich krieg den ich krieg den ich krieg den du stirbst nein 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 okay ich habe das alte eingesetzt um schnell zu sein marschaleur oder jinn ist recht rein 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 schön raus ich habe die ulti versammelt wir laufen die lange gelaufen die lange gelaufen die lang gelaufen die lang hier bitte da kommt noch irgendwas alter kann man nicht machen oh mein gott in so einem haus der nasus der hält alles aus ne der gar kein bock zu sterben kann das sein man machen doch jetzt nicht oh gott nein die machen wir nicht ich komme oh leute kann einfach meine ulti mitten in meiner ulti macht den schrei und hat mich damit gestand das ist wir balancen allesamt alle ulti sind gleich gut jetzt 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 ja schön ok let's go let's go den ruhig noch den ruhig mir den ruhig mir den ruhig mir ich greife von hier an bitte 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 leute bitte ok ich hab den nasus mal kurz rausgenommen sag sag du bleibst hier alter blitzcrank ich sag wie es ist meinst du wirklich du wirst genug um mich zu klatschen ich bin ich bin es euch ja leider old ne der die kommen hoch zu dir ne so, du hast es nur gesagt oh gott ich hab richtig verkackt jetzt ich hab richtig verkackt ich hab mein ulti verkackt ich hab den auf da geht nicht rein der ist rein 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 tot 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 ich hab mein naus am liebsten tot Ich hab meinen Nasus am liebsten tot Jetzt sind wir viele Okay, hau rein Das war eigentlich unnötig Ach mein Freund Kommt schon bitte, Nasus Ja, Nasus ist wichtig, Alter Ach man, ich komm nicht dran So, jetzt bitte Jetzt rein da, los, geh da auf den Pusten, Junge Du machst nicht mal Tower Damage Hallo Hallo, warum backportet ihr Wir helfen Hilft doch ihr Samira Oh Moin Meister Okay, Hilfe Okay, ich will raus Samira hat einfach keinen Bock hier, glaub ich Samira hat verkauft, sind wir ehrlich Ja, Samira hat verschissen jetzt Okay, einen Ton haben wir kaputt gemacht, nice Hallo, jetzt hau doch drauf, du Pussy Wir brauchen den Drake nicht mehr Mann, Junge, dann nimm ich den halt raus Jetzt hau da drauf Wir brauchen den Drake nicht mehr Ja, okay, hallo Alter, John Stane, Mann, hilf mir da Hau drauf Hau drauf Danke Samira, dass du den Drake noch gemacht hast Danke What the fuck Wie geil, ey, dieses Spiel, ich hab echt schon wieder alles gesehen in dem Game Anstatt die hochkommt, nein, sie macht den Drake noch, weißt du, das Game endet und sie so, der Ocean Drake muss noch sein Das war's, 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 das